jo kanals herzlich willkommen auf dem kanal EPI AL DENTO und das ist die vierte Folge vom Kuhnprojekt mit dem lieben Mark und ja letzte Folge waren wir richtig produktiv und zwar ohne Ironie also wir haben wirklich produktiv wenn ihr nicht geschaut habt dann guckt auf jeden Fall vorbei denn da haben wir quasi so unsere Blütezeit vom Kuhnprojekt gehabt oder es wird noch besser dieser Junge ne ok ja ich würde sagen wir labern nicht lange 3 2 1 join ja Mama ich joiner ich bin drauf ach ja ich hab meinen Skin unten auf die Fenke habe ich mir gestern gegründet oh ich krieg gleich mal ne Steam Nachricht korrekt oh nochmal 6 Dias im Inventar Iron Ore 43 30 Gold nice ja guck auf jeden Fall oh man alter hä wo bin ich? ach ja ich hab mich im Feld eingegraben komm ich bin so weit weg alter guckt auf jeden Fall mal bei Mark vorbei denn der hat beim letzten Mal noch irgendwie längere Spielzeit gehabt und darum ist bei dem die Folge etwas länger geworden da steht beim wenigstens auch im Chat ähm und da hat er dann noch ein paar Diamanten gefarmt das ist bei mir nicht mehr zu sehen ich könnte versuchen irgendwie wieder nach Hause zu kommen wie nach Hause ja zu dir wo bist denn du? ja ich weiß es nicht keine Ahnung wie du weißt wie du weißt das nicht ich bin in der Höhle halt hm ich könnte versuchen mich hochzubaden wegen der World äh würde ich dir nicht empfehlen bau dich am liebsten hoch einfach nach oben so und ich würde mal sagen ich mach einfach unseren Submine Gang hier weiter könnt ihr hier mal noch so ein bisschen rein hacken denn es gibt ja das böse Gesetz das sagt da wo du nicht reingehackt hast sind die Diamanten oder auch nicht noch mal labern ist noch eine Höhle Geil lapis lazuli oh Junge du hast ja ne Gang jo so aber es hat sich noch kein anderer bis jetzt beschwert dass der Name nicht funktioniert dass der Name sich nicht also dass er nicht mit nem neuen Namen draufkommt so scheinen haben äh so viele so scheinen ey was ist denn mit meiner Sprache los äh so viele haben wir scheinbar nicht geändert achja also falls ihr mich auf comma adden wollt ich heiße jetzt so ach was also noch gleich geblieben aber nicht gleich geblieben so wann ich hab keine Ahnung von wo ich komme ja dann sag doch Koordinaten einfach ohne Witz oh hier ist ne Höhle ah da ach da waren wir schon mal ich hab's gefunden okay ich bin unten so ja ich hab heute ne oder ja heute doch äh ne neue Anfrage für noch ein Projekt bekommen äh falls du zuschaust ich weiß jetzt gar nicht wie er hieß ich mache auf jeden Fall mit also bock hätte ich da locker drauf äh keine Ahnung es gab noch keinen Namen dafür aber das ist äh das ist äh das ist äh so ein quasi ein Projekt für eine neue Generation von komm ich dir den Namen ja gut dann hau ich den so auf die Schnauze ich seh den Namen auch du bist da unten irgendwo ja ich hab noch mal äh lapislatsühle gefunden warte mal hinten warte mal ohne jetzt könntest du ja auch mal gerne mitkommen ne ne also ich bin scheiße in den Höhlen turnen hey ich hatte ja ich craft mir jetzt einfach einer so hi 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 i i i i ja Tom ich hab 54 Eisen und 30 Gold guck mal jaaa ist das nicht bosshaft ich finde das ist bosshaft muss ich mal so sagen ich höre Lava so ein Steak wir haben jetzt noch irgendwas vor die Folge eigentlich ist es wird mein du könntest ja nicht noch hier hinten einfach einen eigenen Gang dann in eine andere Richtung reinhauen ne ich würde also persönlich würde ich echt wieder weglaufen gerne einmal wegen Essen und zweitens weil wir einfach jetzt Essen haben wir genug also Essen brauchen wir eigentlich nicht mehr Kurs I've got gerade nochmal 8 Brote nein und ich würde den Spot hier eigentlich noch ein bisschen weiter ausnutzen neun Dears warte habe ich Sticks ich habe noch eins ich baue jetzt diese Crafting-Gönchen zum zwanzigsten Mal wieder ab und auf so ich mache nochmal Sticks und mache mir nochmal zwei Steinspitzhacken also persönlich würde ich echt gerne gehen wohin ist jetzt die Frage weil jetzt so viele Folgen und alles hier drin sind ja aber es ist kommt jetzt also bis jetzt ist noch keiner hinterher gekommen aber gut trotzdem ich weiß nicht einfach mal rumlaufen einfach mal gucken nachschauen redstone nochmal ich würde hier lieber bleiben weil wir können ja jetzt in Ruhe weiterfahren und ich glaube den Spot den findet jetzt auch erstmal keiner so schnell ich könnte theoretisch selber rumlaufen weißt du und wenn schon jemand hier ist dann macht er sich auch keine Mühen mehr dann noch den die 500 Meter weiter zu latschen wo wir dann weiter lang gelaufen sind also das ist zumindest meine Meinung können dann auch anfangen die anderen Folgen zu gucken und dann aufzunehmen wenn jemand auf den Server kommt gut also Essen habe ich nicht mehr ja dann komm mal runter weil ich habe noch ich habe acht Brot jetzt nö ich renne ich laufe jetzt einfach ein bisschen rum ja aber veröhr dich nicht ne was ist wenn einer in unserer Nähe ist ja theoretisch ist das in der Junk geladen und dann wächst das Zeugs war es ja beim letzten Mal erstens das und zweitens könnten wir dann voll abfarmen theoretisch weil wenn wie abfarmen dem sein Zeug sein Getreide oder was Beispiel insgesamt halt ah da sind dann lass doch einfach nochmal unsere Goldfarmer Skyblock hier hinsetzen na klar für Goldkarotten so das ist doch ja dann guck mal ob da noch irgendwie Karotten oder Kartoffeln oder sowas sind hier Dings sind noch was Karotten weizen nein world water äh guck mal was der Villager tradet ob der irgendeinen geilen Stuff tradet haben die alle weggeschlachtet auch scheiße äh weil das ist kaum kaum ein Dwarf oh ah hier hier fängt jetzt das Dorf an doch da da ist noch ein Villager ja der tradet dann sicher 20 Eisen für eine Karotte oder so richtig dummer so hier ist gegen ein Emerald ich hab ein Wohl gerade weggeworfen weil ich dachte wir brauchen es nicht mehr ja gut das wird hier nicht mehr voll sein einfach noch so eine Kiste und zwei Diamanten oder so drin einfach dringelassen für uns einfach dringelassen für uns oh jetzt Nacht he Eisenschweck aufrüsten Achtung hier sind ultra viele Monster obwohl wir auf Easy spielen ja ich sehs und wird es ein Singleplayer Let's Play aber jetzt ich weiß es nicht nicht Alter wenn hier jetzt irgendwo in irgendeinem Haus runtergegraben wurde ne zum Beispiel Aua ich werde darüber Glück haben und hier ein paar Diamanten finden können ey Alter ich glaub ich komm wieder zurück hm mach das weil Angst es sind schon viele an uns sind gestorben prozentual würde ich mal so schätzen vielleicht 60% sind wir denn jetzt eigentlich insgesamt gewesen hm äh wir sind wir gewesen tut mir leid ne aber ich muss rennen oh Schwein ich muss rennen weil oh ein Hühnchen das ist so ein Pisscrabble ja rennen doch einfach ich hab sieben Brote noch und hab voll Hunger Alter meine Maus schmack ey komm wir werden noch Diamanten rumhängen ey wie viel Lack hattest du denn bitte keine Ahnung ich hab einfach da gerade runtergegraben hm ja ich bin nicht mehr nach Hause ok warte sag Koordinaten wo du bist also x1444 ab und z ja ok ich hab keine Essen mehr ja ok dann sollten wir jetzt eigentlich jetzt ab der nächsten Folge verpissen die wir morgen aufnehmen warum ja weil die Leute dann wissen wo wir sind äh pff haben sie schon in der ersten Folge ja stimmt kein mir wie viel Zeit haben wir denn noch mehr viel das sag ich dir ich nehm jetzt 10 Minuten auf das wäre noch 5 Minuten ungefähr ich hab grad Kohle gefunden das ist das erste die erste Ressource die ich heute gefunden hab Aschen ah hier ist Eisen ich würd den Rest jetzt eigentlich ähm fast brennen lassen also ich wette hier sind irgendwo Diamanten weil Kohle und Eisen nebeneinander Kohle, Eisen da ist die logische Schlussfolgerung eigentlich Diamant und Erze sind ja generell immer so beieinander oder? so sonst kommst du immer so vor Hashtag Schockgesell so Cola jetzt wieder ein bisschen Fackeln gemacht soll ich mit runter kommen? ja aber hier ist noch Eisen drin weißt du sind noch 18 Eisen drin das ist ja ich kann doch mit hoch kommen ich hab noch 16 Eisenohr noch 5 Minuten noch 5 Minuten jo ich komm damit hoch jetzt ja nicht rennen ganz wichtig aber wo ich dich noch bedanken wollte ist eigentlich für das krasse Feedback was er den Folgen immer gibt also oh hab ich gar nicht durchgelegen bis jetzt bei mir bewertungsmäßig vor allem das ist schon cool auf jeden Fall und auch bei den Livestreams vor allem erste Folge 100 Aufruf bei dir hatte die schon fast nach 2 Tagen irgendwie 70 oder so ja gut ah hier ist die Böckmensch gewesen so ah ich weiß nicht wie ich es runter kommen soll ne ich komm wieder hoch gerade ich mach immer kurz wo wir wo die Treppe ist mit einem Lapisblock also lapis sieht lapis sieht man in meinem Texturepick ist sie richtig geil aus genau 4 Minuten ach ich hab einen standard Texturepick na der hat so geile Schrauben an der Seite so wie so Metallplatten das ist hauptsächlich default wegen Zoo PvP und da ist es immer sehr praktisch was hat das Texturepick dann mit dem Spielmodus zu tun weil Zoo PvP zum Beispiel nicht mit dem PvP Txturepick arbeiten kann also mit einem starken PvP zum Beispiel das hier mikrofon activated komm 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 das kann ich einfach was reinmachen da kann ich erstmal meinen Vater in die Aufnahme scheiße wieso brennst du alles in einem Ofen warum nicht weil wir drei Öfen haben und das viel schneller geht so oh lol mein Minecraft kackt glaube ich ah ne doch nicht wir könnten noch schnell hier Bäume draußen pflanzen das mach ich schnell um Äpfel zu kriegen für Goldäpfel darf ich mit dem Texturepick auch nehmen ok 3 Minuten noch ok 3 Minuten noch geil aus ne oooohh hab ich nen Clouds angemacht ich seh immer voll scheiße auf so jetzt komm mit rein wir machen hier zu Mark komm mit rein jaaa da hinten sind Monster details kannst du deine Einstellung bitte drinnen machen oh ohne Witzel da was ey fick dich perfekt da draußen alter und grafst du machst wieder zu ey wär war pech wenn du sowas machst ok hier sind noch 20 eisen ähm ja was könnten wir jetzt noch machen aber ich geh nochmal alter wie viel die haben ähm ok warte ich hab ja noch Gravel ich geh runter Mark komm mal nochmal kurz hoch bitte nein ich geh jetzt runter ok ich geb dir noch ein Feuerzeug zum Kämpfen äh ne ich bin dass kein Feuerzeug kam toll jetzt hab ich echt sonst Feuerzeug gemacht ich ja egal ich mach dir trotzdem ein weil sicher sicher sehr ruhig bauts in die Richtung Flintensteer so ich mach hier mein kleines Loch in die Wand und hau da meinen ganzen Crap rein das brauch ich denn alles nicht Redstone brauchen wir ihn nicht ne ok ok ähm brauchst du da noch Essen da kann ich gerne ne Steinschlitzhacke gebrauchen ok eine Minute na ich bau mich jetzt wieder hin im Feld ein hier unten ok jetzt noch ein Getreide gewachsen das kann ich noch schnell nachpflanzen so und jetzt bau ich mich hinten wieder ein mit Lapisblöcken so ok dann weiß ich jetzt bis ich gekickt werde ich mach jetzt nicht noch irgendeine Action oder so äh ich hoffe ich äh ich hoffe ich hin äh zweimal Versprechfehler hammernice ne ich hoffe auf jeden Fall dass euch meine Folge gefallen hat aber es geht glaube ich noch zwei Minuten länger da und wo habe ich gekickt komm 3 2 1 ne was ich noch machen könnte ich kann noch schnell was essen damit ich in der nächsten Folge komplett rager 1 bisschen 2 2 3 ne falls ich äh gleich irgendwie falls hier jemand vor der Tür steht damit ich dann wenigstens schon vollen Hunger habe falls es zum Kampf kommt ok ich werde gekickt ich hoffe natürlich äh dass euch die Folge gefallen hat guckt auf jeden Fall bei den anderen Folgen vorbei auch bei Mark da seht ihr das ganze aus der anderen Sicht boah beim nächsten Projekt dann blende ich mal deine Ansicht mit ein da habe ich Bock drauf boah Tim das ist mega die Arbeit ne nö das ist weniger Arbeit als die Facecam mit einzublenden ja gut stimmt und ja wie gesagt ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn ja zeigt es doch gerne mit einer Bewertung oder schreibt einen Kommentar für irgendwelche Tipps im PvP falls ihr da Erfahrungen habt und dann würde ich sagen dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen guckt bei Mark vorbei und bis zum nächsten Mal tschüss